Ich geh täte direkt, wenn ihr alle Schiss habt. Ich stand hier. Nee, Rille. Oh, Mann. Und die Insel heißt Cape Breton. Wer nennt denn so eine Insel? In dem Kackturm war keine einzigste Truhe drin. Jetzt renne ich hier ohne Waffe rum. Ado. Jetzt ist schon der Weg nicht. Tätis ist auch nicht mehr das, was es mal war. Kein Mensch hier so traurig. So traurig. Hab einen. Ich hab einen. Oh mein Gott. Kommt. Richtung Zone. Auf geht's. Let's go. Let's go. Oh. Dass Linda jetzt zu uns gekommen ist. Der ist halt oben mal ne Beschäftige. Ey. Hier wird auf mich geschossen. Alles botzt da. Ja. Aber die Fieße jetzt schmecken doch. Kann der trocken? Liegt. Nein, nicht Platz. Was? Hat jemand Sniper-Munition? Ja, ich kann ja bisschen was geben. Hä? Ich kann eh mir auch was geben, da ich... Ich kann eh mir auch was geben, da ich... Hier sind Gegner bei mir. Hier sind Gegner bei mir. Haffi. Kommt noch bei mir. Den Klasse. Alter. Ja. Wie denn? Ja, Honigpfoten hatten. Hat jemand ein bisschen Sniper-Munition? Komm her, ich leg dir was ins Haus. Ja. Ah ne, ich hab gar nichts. Sorry. Ja, warte, warte. Ich kann dir auch besser was geben. Okay. So ne Part. Komm. My God. Ja. Ich bin da wo. Mhm. Ich bin da wo. Dann bin ich da wo. Oh ne Peuge, ich bin da wo. Ich kann mich und ich, Oh, ja. Ich bin da wo. Hit. Hier drauf. Da hab ich ihn getroffen. Hör doch einfach auf mit dieser Scheiße. Hinter dem. Der ist weiß, der ist weiß. Oh Mann! Oh nein, wir sind da noch. Wir sind da noch. Jetzt bin ich tot. Jungs. Ich komm zurück. Ich komm zurück. Wer hat dich jetzt hier geholt? Wo sind denn die Gegner? Markiert doch mal. Hier. Es sind zwei Leute. Der eine liegt. Ja, der war ja auch weiß. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Wohl zuerst, Emil. Hier habt ihr einen Lift, Tanke. Dort liegen, Emil. Wo bist du hin? Da! Danke. Wir hauen direkt mit dem Lift an. Das ist zwar Ben, aber naja. Direkt mit. Emil, ich hab's für mich los. Ja. Los geht's. Mach! So, mehr konnte ich euch damit machen. Ich hab mich verguckt, Jungs. Lass mal ein bisschen links landen. Hier drüben oder so. Hier unten sind noch Kugeln. Lass mal hier drüben bei dem Haus landen. Ja, ich weiß nicht. Da ist einer, da ist einer. Da. Da. Also er da. Warte, warte, warte. Da ist einer. Da ist einer. Jungs, hier hinten schießen sie auch. Da rennen wir. Aber nicht nur andere. Lass uns mal bitte jetzt hier zusammenziehen. Jetzt, ja. Emil, ich hab Biggies, Ben. Ich hab Biggies für euch. Der Rennsrad war wieder am Fall. Warum seid ihr auch dort unten gelandet? Ich raff das nicht. Ich raff es nicht. Ja. Mensch, weil die erst elf sind und Kinder sind. Die spielen noch nicht strategisch. Aber es ist witzig. Ja, ja, mach. Emil, komm hier in den Busch. Ich geb dir Minis, äh, Biggies. Komm her. Komm her. Ben, komm her. Ich hab einen Biggie. Ich Thomas? Ben, ich hab einen Biggie. Ben. Geh vom Winkel her runter. Geh vom Winkel her runter. So. Ich hab noch irgendjemand's Leiter oben, weil ich hab keine Fernkampf. Geh vom Winkel her runter. Danke, danke. So, ich hab jetzt drei Biggies euch gegeben. Ich hab nichts mehr. Alter, wo schießen die hier, Alter? Ja. Ja, 120. Ich hab ihn. Ich hab ihn gelegt. Ja. Jawohl. Nee. Ich bin der Blonde. Ich bin nicht. Ich hab ihn gelegt. Ich hab ihn gelegt. Ich hab ihn gelegt. Ich hab ihn gelegt. Da oben ist noch einer. Ich bin hier drüben im Busch. Ich hab ihn erledigt. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn gelegt. 業�� war es. Geht im Busch, wenn ihr euch verhält. 120. Ich brauch am 16 Monde. Norm. Der ist da so laut. Achso, den hast du. Das hat er den 220er für. Ich kann dir gleich was geben, Thomas. Erstmal safe. Er geht hoch, ne ins Haus. er liegt gleich wieder komm ins haus das brauchst du ein 16 jetzt macht euch alle bitte voll ich habe ich habe euch alle voll gemacht von drei bs warte mal ganz kurz los nächste ja nächster nächster punkt wo wir hingehen hier bei mir hier bei mir ich bin ich bin ich nicht vorrücken warte 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 chillen das mal und dann nächster schritt eigentlich hoch oder nee wir sind in der zone die müssen runter thomas chill dort wo ich markiert habe das haben wir den höchsten punkt hier sind noch minis könnt ihr die nicht mitnehmen ich kann die mitnehmen deine hände hört auf hier rumzuspringen das gras sieht man doch wie das hoch und runter springen hier ist doch keiner so hoch da oder nicht ich würde schon sagen okay das sind die letzten da unten ein team zwei teams die beballern sich wir können jetzt abstaunen wir kommen sie schon hoch die kombo achten jetzt krieg ich gleich den ganzen laser der rote hier unten mc hier unten ist er ja 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 habe ihn hab ein geht bis in die deckung okay der andere ist hier unten die müssen jetzt raus die müssen raus hit das sind die letzten das sind die letzten zwei leute nur noch Da unten ist auch noch einer. Der ist tot. Die holen wir jetzt. Das sind die letzten. Ah man. Ja. Hab ihn. Das ist der letzte jetzt. Komm, einer tanzen. Vielleicht kriegt der von mir einen. Jawohl. Saubere Runde. Da gab's Meidel mit, meine Freunde. Attacke. Gute Runde Jungs.